moin moin hier ist wieder euer robin für euch es ist sonntag ein tag vor pfingsten wie der ein oder andere mitbekommen hat der ellie 5 von wesel nach koblenz betrieben bis gestern von der deutschen bahn mit dostos das ändert sich ab heute denn auf dem e5 fährt ab heute der rhein ruhr express ihr könnt euch das so vorstellen das sind hochmoderne züge sitze sind zwar nicht bequem aber in der zweiten klasse habt ihr für zwei sitze eine steckdose zwei wlan überall sind monitore wo ihr seht wo ihr seid was ihr für umstiege habt in der ersten klasse hat jeder sitz eine steckdose nicht so wie in der zweiten klasse alle zwei und ich muss sagen diese züge sind wirklich schön fahren aktuell auch schon von düsseldorf nach kassel oder auch düsseldorf paderborn ich fahre gerne mit diesen zügen dostos waren eigentlich auch sehr schön ja in remagen werden dann die beiden teile geteilt so dass dann ein teil weiter fährt richtung koblenz und der teil der von koblenz kommt wird in remagen angekoppelt so dass es doppelte lock bespannte züge sind oder wie man das nennt ich muss sagen viel erfolg dem rex auf dem re5 und ja in den nächsten jahren werden dann ja sämtliche linien geändert auf den rex a1 a6 boah das sind so viele linien aber das sollte mal ein kurzes video dazu geben der rex habt ihr auch schon bei mir in den videos gesehen schaut mal in die playlist züge rein dort findet ihr viele videos mit dem rex ich hoffe dieses kleine sonntags video ist schön ciao mit v euer robin tschüss